Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf Bergtouredourvierter und herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Kacke-Video und ihr seht schon, die Freude ist mir wie ins Gesicht geschrieben, ja? Ich sag's doch ganz ehrlich, ich bin froh, wieder da zu sein. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich vernachlässige YouTube zurzeit so ein bisschen, weil ich einfach keinen Bock hatte, YouTube-Kacke zu machen. Jetzt bin ich aber wieder da, um euch auf den Sack zu gehen. Ab dem 20. Mai geht es weiter mit YouTube-Kacke im Zwei-Wochen-Takt. Außerdem kommen wieder Reaction und Gaming-Videos auf zwei Kanäle. Och nö, jetzt geht's weiter mit der eigentlichen YouTube-Kacke. Okay, wenn noch einer, ah ne, einer, ein scheiß Video jetzt macht, ne, dann macht einer ein scheiß Video. Moin Leute, jetzt willkommen zurück auf Jockels Kanal. Wir reagieren heute auf meinen Kock und zwar besser gesagt auf einen Vorschlag von Jockel, denn Jockel hat ein Porno über mich gemacht. Das seh ich mir natürlich immer sehr, sehr gerne an. Fraggle mag Karmögerf, Ei. Und ja, ich hab Jockel dabei, der in den Bag, Alter. Ach egal, scheiß drauf. Wow. Wir gehen rein, let's go. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von LOL, Marcel, Lell. Und zwar ein Video von LOL, Marcel, Lell. YouTube-Kacke, Fraggle ist das Problem. Ja, ich mag mich selber. Also, ich glaube, ich hab schon das Thumbnail gesehen, ihr habt doch... Es wird eine sehr, sehr wilde Nacht mit Stefan, in der ich noch nicht weiß, wo mein Face nun hinplatziert wird. Und ich hoffe, Stefan, wir können uns auf einen Ort einigen und ich muss nicht permanent switchen. Oh mein Gott, nein. Und weil das Video ist, glaube ich, ne, ne, also, das ist basierend auf ne, ne, der letzten YouTube-Kacke, auf die wir reagiert haben, macht nicht mehr Reaktion, der letzte. Und die ist ja basierend auf, ja. Und dann, jetzt, wir kommen zurück auf meinem, ja, jetzt, wir kommen zurück zu einer anderen Reaktion. Da gesagt, auf einen Vorschlag von Fraggle. Denn Fraggle hat ne Reaktion über Fraggle gemacht. Ey, geil, wie geil wäre das auch, wenn ich ne Reaktion von mir machen würde, über mich. Junge, das, wirklich, diese andere Metaverse, würde das langsam. Fraggle, Marc, Fraggle. Und ja, ich hab Stefan dabei und wir sind jetzt ganz gespannt. Days in the back, oder Anfang letztes Jahr oder so. Äh, Anfang vorletztes Jahr, würde ich sagen. Äh, Anfang letztes Jahr oder so. Äh, Anfang vorletztes Jahr. Anfang letztes Jahr oder so, würde ich sagen. Äh, Anfang letztes Jahr oder so. Anfang back in the days, Alter. Äh, Anfang... Ach, egal, scheiß drauf. Äh, geiler Edit, man. Holy shit. Nein, kleiner Spass. Wie, wieso ist das so witzig? Warte mal, ich muss... Also, ich check schon wieder gar nichts mehr. Ich weiß, das hat gerade Video-Stefan gesagt, aber ich war gerade kurz verwirrt. Ich muss ehrlich, ich war kurz verwirrt. Der war... Also, der... Den würde ich tatsächlich zunennen. Äh, Junge. Es nimmt doch schon wieder Züge an. Ich kann das alles nicht mehr. Ich mag Züger. Ja, dicker. Uns ein Ei gewidmet hast. Zwei Minuten, in der Kürze liegt die Stütze, wird einfach noch nicht so... Oh Mann, Digger! Junge! Was ist denn jetzt los? Digger, in der Stürze liegt die Kürze, da kommt einfach Farid, alter. Geil, ey. Das ist ein Screenshot für Götter. So, ich sag's, wie es ist. Warst du das gerade? Ey, Junge, ich bin... Ich bin auch langsam selber verwirrt, ich wirklich... Ich weiß nicht mehr, was die ursprüngliche YouTube-Kacke war, was die neue YouTube... Also, die ursprüngliche YouTube-Kacke... Also, die neue YouTube... Also, ich kann das alles nicht mehr. Gekackt. Oh Mann! Oh Mann! Dein Ver... Junge, was ist das? Was ist das? Schlimm, Mann! Nicht mehr Schuhe! Brauchen mehr Facecams! Junge, was also wirklich... Was ein Fiebertraum! Junge, ich reagiere viermal auf meinen Stream, wie geil, ey! Oh Mann, 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 Mann! Junge! Junge, jetzt fällt mir das jetzt auf... Wie soll ich denn... Wo soll ich denn meine Camen machen bei... Ja, ey! Junge, wenn noch einer... Scheiß YouTube-Kacke über dieses YouTube-Kacke-Video jetzt macht... Na, dann ist wirklich... Dann ist wirklich vorbei! Irgendwann... Irgendwann mach ich meine Cam einfach in die Cam... Es muss... Es muss langsam aufhören! Es muss langsam aufhören! Wir... Also... Wir verkraften es auch nicht mehr! Irgendwann haben wir sonst echt ein Problem, wo wir uns über die Facecam... Am Ende noch einen Stefan machen oder so eine Scheiße! Wer ist so... Familie? Och Mann! Ja, okay! Ich mag Stefan halt! Stefan ist doch einfach geil! Natürlich krieg ich dann Steil! Oh, Regal! Och, Mann! Ja, okay! Natürlich krieg ich dann Steil! Och, ey! Och, Mann, ey! Ja, natürlich krieg ich dann Steil! Ach, egal, Digga! Komm, scheiß doch einfach drauf! Da fällt mir ein, wir hatten schon lange keine Katz mehr, die so richtig... Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Was kommt jetzt? Was erwarten wir in diesiges nun? Das ist noch ein Clip, mit dem ich nicht rechne! Ey, damit hab ich jetzt wirklich nicht gerechnet! Ach, Mann! Haben wir... Komm, ey! Komm schon! Und... Einfach, einfach schreibt mir natürlich in die Kommentare! Natürlich! Danke dir, Digga, dafür! Ey, 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 ey! Haut mir gerne wieder Stefan in die Kommentare! Und wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr übernnen Like und Abonnement und Kommentar freuen! Schreibt mir gerne wieder neu verschlägt! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Haut rein! Reden wir bitte einfach! Wir lassen es einfach bitte so im Raum stehen! Perfekt, danke! Ja, eigentlich können wir auch schon wieder fortfahren! Ich... Fort! Eine Idee weiter! Ey! Wirklich geiles Video, man! Wirklich, wirklich! For real, for real! On God, on God! Schaut bei LOL, Marcel, Leel, Jockel und Max YouTube Kacke vorbei! Ja, lasst da Liebe da! Und hoffen wir, dass da noch einiges kommt! So wie ich heute Nacht in Stefan! Ich würde sagen, wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr übernnen! Like und Abonnement und Kommentar freuen! Wie immer natürlich! Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare! Dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Haut rein! Ciao! So!